Hey! Wir sind es wieder, die zwei Sophies! Hi! Und wir haben heute für unser Video einen ganz speziellen Gast. Und zwar kein Mensch, sondern ich hole ihr kurz meinen Hund Tinker! So wie Tinkerbell. Ja, Tinker. Und sie ist ganz jung, eineinhalb Jahre alt und sie liebt spielen. Und heute spielen wir mal mit ihr und ihr seht dann, wie man mit ihr spielt. Okay? Eins, zwei, drei, los! Ja, so ist es ja. Komm her! Komm her! Komm her! Sch! Sch! Mh! Sch! 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 Tinkerbell! Hey, mach sie ganz! Okay, Pause! 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 Ja, das ist... Puh, dauert schon mal. Also, als ihr seht, habe ich einen ganz fröhlichen Hund. Und, wie war's? Sehr gut. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Video!